Am kommenden Dienstag ist es wieder soweit. Die Hexen und Geister der Halloween-Nacht werden durch Barleben streichen und an den Haustüren der ahnungslosen Nachbarn Angst und Schrecken verbreiten. Im Innenhof der Mittellandhalle wird die Foto-AG des Mehrgenerationenzentrums wieder ihr mobiles Studio aufbauen und Fotos machen von den fantasievollen Kostümen und den schrecklichen Masken. Wer seine korrekte E-Mail-Adresse hinterlässt, bekommt die Fotos wenige Tage später zugeschickt. Das Ganze ist wie immer kostenlos, aber die Mitglieder der Foto-AG freuen sich über Spenden. Ab 18 Uhr stehen die Fotografen und Helfer bereit und sollte das Wetter zu schlecht sein, gehen wir in die Räume des Mehrgenerationenzentrums und fotografieren da. 31. Oktober, Halloween, Fotoaktion im Innenhof der Mittellandhalle. Ab 18 Uhr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020